Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood zu Folge 20 und 3. Ich bin Scream und wir reißen jetzt erstmal diesen Steckbrief ab und dann machen wir mit diesem Auftragsamtat weiter. So, dann werden wir mal sehen was wir machen müssen. Um die Bürger einzuschüchtern haben die Borgia zwei berüchtigte Wachen angeheuert. Die wahllos Zivilisten verprügeln, entfernt sie aus dem Straßenbild um den Menschen Mut zu machen. Beide Zähne mit der versteckten Klinge töten, das schaffen wir. Denke ich. Das. Komm her. Wo ist der? Ich krieg dich. Du kannst nicht abhauen. Nein, das wollte ich nicht. Na. Komm schon. Du bist nicht schnell genug. Los. Ha. Papawasilzibala. Gut. So, wir müssen in diese Sperre gehen. Ne, wir müssen nicht. Ups, war ein Fehler. Hm. Dann erlehnen wir erstmal den hier unten. Ja. Ich mache jetzt so sieben bis acht Minuten Parts, obwohl ich am liebsten 15 Minuten Parts machen würde, aber da ich keine Lust habe, wenn ich das nachts hochlade, dass es immer, oder dass immer ein Video aus unbekanntem Grund abbricht, habe ich dann keine Lust, dass das ganze große Video abbricht und ich das dann nochmal machen muss. und das dauert dann mal so, na sagen wir, sechs Stunden oder so oder sieben und das kotzt mich dann an, wenn das einfach nicht geht. Sagt mir doch, könnte mir vielleicht einer sagen, wie ich meine Eltern überreden könnte, eine schnellere Internetverbindung zu kriegen, weil am liebsten würde ich fünf Videos am Tag hochladen oder so oder über Nacht. Dann habe ich nämlich erstmal genug an Vorrat und dann kann ich das nach und nach freischalten, aber wir haben ja so eine lahme 2000er Internetverbindung und das ist echt scheiße. Also, von allen da draußen, die mal let's playen wollen, wenn ihr eine 2000er Leitung habt, ist es recht scheiße hochzuladen, weil es so mega lange dauert. Also zum Beispiel ein sieben Minuten Part dauert bei mir, na vier, vier Stunden ungefähr, dreieinhalb bis vier Stunden und das ist schon echt viel. Manche brauchen gerade mal eine Stunde für ein, äh, für ein 15 Minuten Part. Ja. Und ich brauche drei Stunden für die Hälfte und das ist echt kacke. So. Diesen Auftrag haben wir erledigt. 100% Synchronisation. Wurfmesser voll weg, gift voll gut. Dann laufen wir mal zu unserer nächsten Hauptmission. Und wir werden dabei vielleicht noch irgendwas machen. Nee. Oh, ich sehe gerade, ich habe genug Geld für eine Armbrusse. Uh. Sehr schön. Aber wir bauen erst mal diesen Tunnel aus. Ja. Ey. Was ist weg zu? Warum hast du mich weggeschubst? Wo ist sie? Mist, ich weiß nicht mehr, wenn ich das war. Ist ja auch egal. Sei ruhig. Du hast mich weggeschubst. Du kriegst kein Geld. Ich gehe woanders schnurren. Äh, ja. Da sollte ich lieber nicht. So. Runter. Na obwohl, geht doch. So. So. Immer schön über die Dächer. Und ne Schatzfriff. Wer hat das gesagt? Oh ja, komm her hier. Das habe ich jetzt nicht so recht verstanden. Warum hat er gesagt? Da ist bestimmt eine Frau im Spiel. Hm. Dumme Wache. Ah. Ich glaube in diesem Part schaffen wir es noch dahin zu laufen. Wollen wir uns? Ja. Das war doch geil. Voll fresh. So. Wir haben noch eine Minute. Oder zwei. Kann man so sagen. Eine Band. Ah, die renovieren wir drauf. Ja. Können wir gleich unser Geld abheben. Wenn wir welches auf der Bank haben. Mal gucken. Ja, wir haben sogar ein bisschen. Ganz bisschen. Ach, was mag ich denn da aufsteigen? Das mit den Pferden ist echt gut. In der Stadt. Obwohl es bringt jetzt nicht so richtig viel. Und sie kommen auch nicht über lang. Wie man das hier sieht. Ich würde da jetzt einfach runterspringen. Aber sonst ist es eigentlich schon gut. Man kann auch viel vom Pferd aus machen. Zum Beispiel. Irgendwann umrempeln. So. Umspringen. Wie lange? Da ist eine Christina Mission. Hm. Ne. Machen wir erstmal Hauptstory. Da ist ein Borja Tor. Demochen wir uns nach der Hauptstory. Hauptmission. Da müssen wir. So. Wenige Meter. Dann sind wir auch schon da. Und. Wir sehen uns dann. Beim nächsten Mal. Wie wir hier diese Mission machen. Also. Bis dahin. Ciao.